Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen endlich wieder zurück zur Road to Glory. Ich wünsche euch auf jeden Fall direkt zum Anfang mal ein frohes neues Jahr 2018. Jetzt geht's wieder wie gewohnt auf meinem Zweitkanal weiter und wir haben einiges aufzuarbeiten, denn die letzte Folge ist schon wieder über eine Woche her und in der letzten Folge habe ich ja die ganzen Footmess Packs gezogen beziehungsweise ja ziemlich viele davon, die ich halt bis kurz vor Weihnachten aufgespart hatte. Und mit den Packs haben wir dann auch richtig gut Profit gemacht. Wir waren dann bei circa 1,4 Millionen Coins mit überteuert verkaufen und so weiter, ist noch ein bisschen was dazugekommen. Und die ganzen Münzen habe ich dann in Lopez Inform investiert. Danach ging es natürlich in die Weekend League, an Weihnachten habe ich die gespielt und da konnte ich nicht aufnehmen, denn ich war bei meinen Eltern zu Hause und konnte da die Elgato und so weiter nicht mitnehmen. Die Weekend League habe ich allerdings mit 32 Siegen abgeschlossen. Und dazu konnte ich ja dann keine Zusammenfassung machen. Deswegen wollte ich dann eigentlich meine Rewards am Donnerstag ziehen, letzten Donnerstag. Allerdings war das Team of the Week wieder richtig schlecht, beziehungsweise klar, Messi, Aguero sind extrem gut. Aber sonst war da einfach nichts dabei und ich wollte es dieses Mal nicht riskieren, ja, wieder kompletten Müll zu ziehen. Denn ich will auf jeden Fall auf ein Team of the Week warten, wo man garantiert mindestens einen halbwegs guten Spieler ziehen kann. Und das sieht diese Woche sehr, sehr gut aus. Von dem her ist es richtig nice, dass wir noch unsere Elite 2 Rewards von Weihnachten aufgespart haben. Und es lief einfach richtig, richtig gut an Weihnachten. 32 Siege, das ist alles, was ich brauche. Ich will eigentlich immer nur in Elite kommen, dann bin ich absolut zufrieden. Und ja, deshalb springen wir jetzt heute in die letzte Weekend League im Monat Dezember. Und ihr seht schon, ich spiele mit Schalke-Trikots. Da habe ich mal ein paar Spiele lang versucht, einen auf Tim Latka zu machen. Aber ja, ich bin dann relativ schnell wieder zu meinen anderen Trikots zurückgegangen. Die Australien-Trikots finde ich auch richtig, richtig cool. Falls ihr wissen wollt, welche Trikots ich habe. Die Trikots von der australischen Nationalmannschaft. Also jetzt gerade noch Schalke. Aber ja, ihr werdet gleich sehen, welche Trikots ich meine. Und es gibt eigentlich echt einigermaßen viel zu erzählen, würde ich sagen. Wie gesagt, in der letzten Folge, die kam vor einer Woche. Da habe ich ja meine ganzen Footmaspacks gezogen. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das gerne nochmal anschauen. Und da habe ich ja Nangolan gezogen. Konnte damit endlich mal richtig guten Profit machen. Und deshalb sind wir jetzt auch kurz davor, Cristiano Ronaldo zu verpflichten. Vielleicht wird es in der nächsten Folge schon, ja, soweit sein. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ich habe dann 1,4 Millionen Coins in Lopez-Inform investiert. In 85er-Inform, alles so für 27.000 maximal gekauft. Und das war dann vor den Prime-Icons. Und ja, viele sind davon ausgegangen, dass heftige Prime-Icons kommen, wie Pelé oder so. Am Ende wurde es dann allerdings nur Fiera, der natürlich sehr, sehr stark ist. Aber die anderen drei Prime-Icons waren dann halt nicht so mega der Kracher. Von dem her ist der Lopez-Inform leider nicht so krass gestiegen, wie ich es mir erhofft hätte. Der war zwischenzeitlich bei 31.000. Ich habe es dann aber verpennt, den zu verkaufen. Und dann ist er relativ schnell wieder gesunken. Und dann muss ich euch sagen, ich habe dann die ganzen 52 Lopez-Inform, ja, mit Verlust wieder verkauft. Ich glaube, ich habe so 100.000, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Verlust gemacht. Das war einfach nur extrem dämlich. Und das Ding ist jetzt, klar, ich hätte ihn definitiv noch behalten können. Der wäre früher oder später bestimmt wieder hochgegangen. Aber ich dachte mir dann so, ja, ich will Cristiano Ronaldo noch vor dem Team of the Year kaufen. Denn zum Team of the Year steigt er meistens ziemlich. Und dann wäre es irgendwie kacke, wenn ich irgendwie die ganze Zeit die Coins für Cristiano Ronaldo hätte. Ihn aber einfach nicht kaufen kann, weil alle meine Coins in Lopez-Inform drin sind. Und deswegen habe ich dann alle Lopez-Informs verkauft. Das werdet ihr dann am Ende der Folge vielleicht sehen oder vielleicht am Anfang der nächsten Folge nochmal. Wie gesagt, 100.000 bis 200.000 Münzen Verlust, was extrem bitter ist. Weil das einfach in der Road to Glory, ja, echt ein ziemlich fataler Fehler ist, so viel Verlust zu machen. Wir brauchen hier eigentlich jeden Coin. Vor allem, wenn es dann 100.000 sind, dann tut es schon weh. Okay, aber ja, wie gesagt, ich wollte einfach Cristiano Ronaldo so schnell wie möglich holen. Und die Münzen haben dann auch gereicht, nachdem ich alle verkauft habe, alle Lopez-Informs. Und ihr werdet auf jeden Fall sehen, ob wir uns den Cristiano Ronaldo dann in den nächsten Folgen holen werden. Bis zur nächsten Weekend League will ich es auf jeden Fall geschafft haben. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Ansonsten habe ich jetzt auch extrem, extrem viele geile Packs wieder angespart. Ich habe ja meine ganzen Footmas-SBC-Packs kurz vor Weihnachten gezogen. Und da auch ganz gut Profit gemacht. Aber das war dann so am, lass mich nicht lügen, am 22. Dezember müsste ich die ungefähr gezogen haben. Und seitdem habe ich dann wieder, ja, die ganzen Footmas-SBCs gemacht. Habe dann einmal noch diese Woche sogar Squad-Battles gespielt. Habe ich komplett durchgezogen. Was heißt komplett durchgezogen? Nur so lange gespielt, bis ich in Elite 2 war. Denn Elite 1, da kriegt man, glaube ich, nur 14.000 Münzen mehr. Aber die gleichen Packs von dem her, finde ich, lohnt sich das nicht so übertrieben. Aber ich wollte unbedingt die zwei 35k Packs. Außerdem haben wir natürlich noch unser 3er Inform-Pack, ein 100k Pack, welches ich auch nicht gezogen habe. Das möchte ich dann nämlich auf jeden Fall im Video machen. Und ansonsten bekommen wir jetzt natürlich noch am Donnerstag, ja, neue Rewards. Wie wir, ja, hier in dieser Weekend League abgeschlossen haben, das werdet ihr auf jeden Fall sehen. 21.6, es lief eigentlich nicht so schlecht bis zu dem Zeitpunkt. Aber nach dem 21.6, ja, ging es so ein bisschen nach hinten los. Mit 21.6 konnte ich echt noch ziemlich gut leben, denn da hätte ich dann eigentlich echt nicht mehr so viele Siege holen müssen aus den letzten paar Spielen. Aber der Gegner hier, der war schon echt gut, hat es echt gut gespielt teilweise. War auch ein richtig, richtig umkämpftes Spiel. Das werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Und ihr seht schon im Titel, wir haben gegen den besten Spieler der Welt gespielt. So nennt er sich zumindest selber. Aber ich kann euch auch sagen, der gehört definitiv zu den besten Spielern der Welt. Meiner Meinung nach ist, ja, Gorilla, Huge Gorilla, der beste Spieler der Welt. Einfach, weil er auch, ja, FIFA-Weltmeister ist. Aber Kurt, gegen den wir gleich noch spielen werden, er gehört meiner Meinung nach definitiv zu den Top 10 der besten Spieler der Welt. Und er nennt sich auch Best in the World, deswegen der beste Spieler der Welt. Und ich feiere den Typen übertrieben, weil der einfach auf Twitter immer so geile Sachen raushaut. Der ist richtig lustig und streamt auch ziemlich oft, beziehungsweise streamt immer seine Monatsrewards. Und in FIFA 17 hat er die immer abgestoßen. Der kommt jeden Monat in die Top 100 und er hat jeden Monat seine kompletten Monatsrewards abgestoßen. Der meinte halt einfach so, ja, EA respektiert mich nicht, die geben mir nicht geile Spieler. Ich stoße das alles ab. Der Typ ist richtig crazy, der ist richtig verrückt drauf. Und ich finde ihn übertrieben lustig und cool und bin ein ziemlicher Fan von dem. Deswegen hat es mich mega gefreut, mal gegen ihn spielen zu dürfen. Und war auch mega gespannt, wie ich gegen ihn so abschneiden werde. Ich glaube, Danny Proons hat vor ein paar Wochen auch mal gegen Kurt gespielt. Da hat er, glaube ich, 2-1 verloren. War auf jeden Fall ziemlich knapp. Wie wir abgeschlossen haben, werden wir auf jeden Fall gleich noch sehen. Das Spiel seht ihr dann gleich. Und meiner Meinung nach Kurt, ich weiß nicht, wie viele Leute so eine Statistik haben. Aber der Typ hat einfach eine Statistik ungefähr von 1050 Siegen und nur 29 Niederlagen. Das ist so unfassbar krank. Das ist einfach unglaublich. Das kann man nicht in Worte fassen. Und in FIFA 17 war der auch schon richtig, richtig gut. Der hat sich allerdings für die Regionals nicht qualifiziert, soviel ich weiß. Letztes Jahr musste man ja auch noch in der Top 16 sein in einem Monat, um sich zu qualifizieren. Letztes Jahr, dieses Jahr muss man ja nur in der Top 64 sein. Und dieses Jahr hat er sich auch qualifiziert für die Regionals Ende Januar in Barcelona. Und letztes Jahr hätte er sich eigentlich auch für die FIFA Weltmeisterschaft qualifiziert, für den FIWC. Aber er wohnt in Malta. Und Malta war da noch nicht irgendwie auf der teilnahmeberechtigten Liste oder so. Richtig lächerlich eigentlich. Und jetzt geht's rein ins Spiel. Inter-Mailand-Trikots. Da dachte ich mir schon, könnte Kurt sein, denn er ist Inter-Mailand-Fan. Hier sehen wir sein Team. Ja, R9, Ronaldo, Fiera und so weiter und so fort. Hier sehen wir seine Statistik. 1047 zu 29. Unfassbar krank. Und dann springen wir rein ins Spiel gegen Kurt. Best in the world. So sein Teamname. Und dann schauen wir mal, wie wir gegen so einen unfassbar kranken E-Sportler abschneiden können. Seine Spezialitäten sind auf jeden Fall seine Triplings. Er geht hier in der 11. Minute direkt mal in Führung. Aber ich kann euch sagen, ich hab richtig, richtig geschwitzt. Das ist klar. Ich hab Vollgas gegeben. Und ich hatte auch verdammt gute Chancen. Ihr werdet auf jeden Fall noch ein paar Dinger sehen. Und danach hab ich ihm auch auf Twitter GG geschrieben und so weiter. Und er hat mir sogar geantwortet. Ihr werdet auf jeden Fall gleich noch mehr dazu erfahren. Ich werde dazu noch ein bisschen was sagen. In der 41. Minute ein richtig guter Doppelpass zwischen Grießmann und Rui Costa. Der Longshot landet dann leider nicht im Tor. Und jetzt schaut euch diesen Freistoß an. Den Tipp mit dem Schussantäuschen. Jetzt, den hab ich von Tim Latka. Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus. Den Überläuferfreistoß mach ich ja ohnehin immer ziemlich oft. Aber ich wusste nicht, dass man noch diesen Schussantäuscher machen kann. Und dadurch ist das Ganze nochmal extrem gefährlich. Dann kann der Gegner gar nicht wirklich decken. Und ihr habt gesehen, der war einfach perfekt ausgeführt. Aber Grießmann hat ihn einfach nicht reingemacht. Was mich extrem genervt hat. Das war so eine gute Chance aufs 1 zu 1. Hier hatte Kurt nochmal eine richtig starke Chance. Und ab der 80. Minute hat er dann bis zum Schluss auf Zeit gespielt. Und dazu kann ich sagen, ich nimm's ihm nicht übel. Weil er einfach einer der besten Spieler der Welt ist. Er weiß, wie er zu spielen hat. Ich denk mal gegen andere Spieler, die nicht so einen Status haben wie er. Da wär ich auf jeden Fall gut angepisst gewesen. Aber gegen Kurt, da war mir vor dem Spiel schon eigentlich mehr oder weniger klar, das wird fast unmöglich sein zu gewinnen. Von dem her bin ich ihm da auch nicht böse oder so. Das hab ich dann auch auf Twitter geschrieben. Ja, gegen Ballbesitz, Fußball machst du nix und so weiter. Hier sehen wir, dass er hatte 69% Ballbesitz. Die Stats waren eigentlich relativ ausgeglichen. Klar, er hatte ein, zwei Schüsse mehr. Aber trotzdem hab ich mich, finde ich, extrem gut geschlagen. Und dann hab ich halt geschrieben, ja, gegen so Ballbesitz, Fußball machst du nix. Und dann hat Kurt geantwortet, dass er sich dafür entschuldigt. Und er eigentlich nie so spielt. Er aber irgendwie in der Weekend League extremes Delay hatte. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaub's ihm auf jeden Fall. Denn jemand, der jede Woche in die Top 100 kommt, ja, spielt eigentlich nicht so krass auf Ballbesitz. 70% hatte er fast. Und nach dem 1-0 hat er auch fast gar nix mehr gemacht. Also der hat echt nicht so krank gut gespielt, wie ich's mir vorgestellt hatte. Deswegen kann ich's ihm auf jeden Fall glauben, dass er da Delay hatte. Also geht auf jeden Fall klar. Ich bin ihm da auf jeden Fall nicht böse. Ich fand's auf jeden Fall auch einfach nur richtig geil, mal gegen ihn spielen zu dürfen. Und, ja, die Niederlage gegen Kurt mitzunehmen, war natürlich trotzdem ziemlich unnötig. Denn unser Ziel ist natürlich, wie jede Woche im Dezember, in Elite zu kommen. Wir haben in der ersten Woche 33 Siege geholt, dann 22. Ich weiß bis heute nicht, was da mit mir los war, Alter. Das geht gar nicht. Wie gesagt, 33 Siege, dann 22, dann 34, dann 32 an Weihnachten. Und dann wollen wir jetzt natürlich in der letzten Weekend League im Dezember auch nochmal in Elite kommen. Und das ist nach wie vor möglich, wenn wir uns hier zusammenreißen. Vollgas ist angesagt. Elite 1 monatlich war ohnehin schon abgehakt. Das war ja mein Ziel, Nummer 1 im Dezember endlich mal in Elite 1 zu kommen. Und nicht wie im November und im Oktober, ja, nur Elite 2. Denn dadurch bekommen wir nochmal 5 weitere rote Informs dazu. Und das ist dann auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Chance, diesen Monat endlich mal einen Kracher zu ziehen. Auch wenn ich diesen Monat auch wieder nicht davon ausgehe, dass wir irgendwas gebrauchen können. Aber es gibt einfach unfassbar viele gute Spieler, die man ziehen kann und die extrem gut ins Team passen würden. Hier habt ihr gesehen, habe ich einmal richtig dumm die Abseitsfalle ausgelöst. Und dadurch war der Gegner frei durch 2-0 und das Spiel war vorbei. Gegen den Gegner hier habe ich, glaube ich, schon mal gespielt in den letzten Wochen. Ziemlich sicher sogar. Ich weiß nicht mehr, wie ich gegen den gespielt habe. Aber hier lief es richtig gut. Nach 20 Minuten steht es 2-0. Und ich glaube, wenig später ist er dann rausgequittet. Also das war auf jeden Fall top. Und zu den Monatsrewards kann man nur sagen, da gibt es einfach so viele gute Spieler. Messi ist klar, Derea Second in Form würde ich übel feiern, den zu haben. Dann gibt es natürlich Suárez 93er, roter in Form. Über den würde ich mich wirklich mit Abstand am meisten freuen. Denn ich würde ihn extrem gerne als ZOM spielen. Ich will dann, wenn Ronaldo da ist, Ronaldo im Sturm spielen in der 4-2-3-1. Und Suárez als Zehner wäre, glaube ich, richtig stark. Weil der ist nicht so schnell. Aber als Zehner kann er da, glaube ich, richtig Schaden anrichten. Das wäre so mein absoluter Wunschspieler. Den zu ziehen, wäre so ein unfassbarer Traum. Aber den zu ziehen, ist auch unglaublich schwer. Von dem her gehe ich da nicht von aus. Falls wir ihn nicht ziehen, dann werde ich ihn früher oder später bestimmt einfach so in der normalen Version mal kaufen. Und ansonsten sind meine Pläne auch relativ bald, eine weitere Icon ins Team einzubauen. Denn wir müssen ein bisschen was umändern. Denn wenn Ronaldo ins Team kommt, kommt Martial raus. Und der spielt eigentlich rechtes Mittelfeld, beziehungsweise rechter ZOM. Konnte da immer mit seinem rechten Fuß in die lange Ecke schießen. Das geht jetzt allerdings nicht mehr. Wir müssen jetzt Grießmann oder Alessandrini auf rechts spielen. Und dadurch haben wir da nur zwei Linksfüße. Und die können dann nicht mit rechts ins lange Eck schießen. Von dem her fliegt Grießmann jetzt bald raus, kann ich euch sagen. Auch wenn er für unseren Verein Unglaubliches geleistet hat. Schaut euch dieses Tor an. Und das war unfassbar geil. Aber Grießmann passt leider nicht mehr ins Team. Außer wir würden Grießmann als ZOM spielen und Rui Costa als rechter ZOM. Aber ist glaube ich nicht so geil, weil Rui Costa nicht ganz so schnell ist. Grießmann ist ohnehin auch nicht der schnellste. Ich habe da auf jeden Fall schon einen Spieler im Kopf, den ich definitiv verpflichten will. Und der ist richtig, richtig geil. Ist eine Ikone. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wen ich mir holen werde. Wie gesagt, ist ein Stürmer. Und der wird dann rechtes ZOM spielen. Der kann dann in die Mitte ziehen und dann mit seinem rechten Fuß abziehen. Ich denke mal, der wird richtig abgehen. Und so langsam aber sicher wird unser Team einfach immer, immer geiler. Vor allem, wenn Ronaldo dann da ist, dann sieht das schon extrem geil aus. Und wie gesagt, hoffe ich einfach extrem auf die Monatsrewards. Da mal irgendeinen brauchbaren Spieler zu ziehen. Aus 20 roten Informs kann man doch mal ein bisschen Glück haben. Es gibt allerdings auch extrem viele Informs diesen Monat. Dadurch, dass es 5 Weekend Leaks waren. Und dadurch gibt es natürlich auch extrem viele schlechte Informs. Aber schauen wir mal. Elite 3 ist auf jeden Fall auch in dieser Weekend League wieder gesichert. Schaffen wir noch im letzten Spiel den letzten Sieg fürs Jahr 2017. Schauen wir mal. Vollgas ist angesagt auch im letzten Spiel. Die 30-10 müssen auf jeden Fall noch voll gemacht werden. Einfach fürs Gewissen, für die Ehre, für was weiß ich. Gegner ist dann direkt rausgequittet. Richtig, richtig geil. Diese Woche erwarten euch auf dem Kanal noch richtig viele Videos. Das kann ich euch sagen. Da wird auf jeden Fall noch richtig was auf euch zukommen. Richtig geile Pack-Openings. Die Monatsrewards kommen auch diese Woche. Das wird einfach nur unfassbar geil. Und nächste Woche kommt schon das Team of the Year. Ziemlich, ziemlich sicher. Das wird auf jeden Fall auch unfassbar fett. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen wieder. Zu dem nächsten Video der Road to Glory. Macht es dann gut. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.